Das letzte Foto des traurig berühmten Titanic, bevor die bekannteste Schiffskatastrophe der Geschichte nur wenige Tage später passierte. Diese Tragödie forderte fast anderthalbtausend Menschenleben, aber 700 Passagiere konnten gerettet werden. Auf diesem Foto sehen Sie, wie das Schiff Kapatia die Überlebenden in Rettungsbooten aufnimmt. Auf diesem Bild sehen Sie auch den Verursacher des Schiffbruchs. Das Foto des Eisbergs, gegen den der Titanic stieß, wurde am Tag nach dem Unglück aufgenommen.